Spricht nicht mit einem Esel Der Esel sagt zum Tiger, Das Gras ist blau. Der Tiger antwortete, Nein, das Gras ist grün. Ein Streit brach aus, Und sie gingen zum König der Tiere, Dem Löwen, Um ihre Differenzen beizulegen. Als der Esel den Platz erreichte, An dem der Löwe auf seinem Thron saß, Begann er zu schreien, Eure Majestät, Ist es wahr, Dass das Gras blau ist? Der Löwe antwortete, Ja, Natürlich ist das Gras blau. Der Esel war begeistert Er war begeistert und fuhr fort. Der Tiger widerspricht mir und nervt mich, Bitte bestrafe ihn. Der König der Tiere verkündete, Der Tiger wird mit einem Monatsschweigen bestraft. Der Esel sprang glücklich und ging zufrieden weiter und wiederholte, Das Gras ist blau, Das Gras ist blau. Der Tiger nahm seine Strafe an und fragte den Löwen, Eure Majestät, wofür haben Sie mich bestraft? Immerhin ist das Gras grün. Der Löwe antwortete, Das Gras ist tatsächlich grün. Der überraschte Tiger fragte, Warum bestrafst du mich dann? Der Löwe antwortete, Das hat nichts mit der Frage zu tun, Ob Gras blau oder grün ist. Die Strafe dafür, Ein tapferes und intelligentes Tier wie Du zu sein, Darf keine Zeit damit verschwenden, Mit einem Esel zu streiten Und dann meine Zeit mit dieser dummen Frage zu verschwenden. Die schrecklichste Zeitverschwendung ist es, Mit einem Dummkopf und einem Langweiler zu streiten, Dem weder Wahrheit noch Realität wichtig sind, Sondern nur der Sieg seiner Überzeugungen und Illusionen. Verschwende keine Zeit mit nutzlosen Argumenten. Es gibt diejenigen, Die, egal wie viele Beweise und Zeugenaussagen sie bekommen, Sie nichts akzeptieren können. Sie wollen sich nur behaupten. Gleichzeitig sind sie von Hass geblendet Und die Diskussion wird von Beleidigungen begleitet. Wenn Unwissenheit schreit, Ist der Geist still.